Man kann gegen die Entwicklung der Menschheit nichts machen. Man kann Geschichte machen, aber niemand kann etwas gegen den Lauf der Geschichte machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Was konnten die Sauern? Die Sauern der Urgeschichte gegen ihr eigenes Aussterben machen. Sie wuchsen noch mehr. Und je größer sie wurden, desto sicherer wurde es, dass sie aussterben. Die Herren der Wirtschaft tun das Gleiche. Sie meinen, wenn ihre Macht ständig wächst, wenn ihre Konzerne ständig größer werden, desto ferner rücke der Tag, an dem sie abdanken müssen. Doch je größer ihre Macht wird, desto deutlicher wird es, dass sie in den falschen Händen ist und dass die Macht allen gehören muss. Deshalb reagieren die Herren so empfindlich auf jeden Streik. Deshalb sperren sie gleich 300.000 Arbeiter aus, wenn 100.000 streiken. Deshalb drohen sie ständig mit Entlassungen. Die Herren fühlen sich sehr stark, aber sie sind nicht stark genug. Jeder Streik ist der Anfang von ihrem Ende. Die Herren sind sehr stark, doch nicht so stark wie wir. Wir sind Millionen Mal, Millionen Mal, so stark wie wir. Die Herren sind sehr stark, doch nicht so stark wie wir. Wir sind Millionen Mal, Millionen Mal, so stark wie wir. Aktionseinheit ist das Bündnis zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten gegen ihre gemeinsamen Feinde. 1970 hat die SPD ihren Mitgliedern dieses Bündnis verboten. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand für die Aktionseinheit. Da ist jemand irgendwo, da ist jemand für die Aktionseinheit. Er mag bei Hochwirtschaften eben Akkons. Er mag Räder anmontieren bei Fort, er mag am Fließband Teki stehen bei Feind. Doch da ist jemand, der ist für die Aktionseinheit. Er mag ein Türke sein aus Ankara. Er mag ein Taxifahrer sein in Lünetscheid. Doch da ist jemand, der ist für die Aktionseinheit. Wer mag mit Schlepper fahren auf dem Rhein? Wer mag in Wolfsburg Jugendpfarrer sein? Er mag als Bauer machen Feldarbeit. Doch da ist jemand, der ist für die Aktionseinheit. Er mag stempeln in den Kohlenpott. Er mag mit 50 und gehören auf den Schrott. Er mag als Schneiderin machen Heimarbeit. Doch da ist jemand, der ist für die Aktionseinheit. Er mag Betriebsrat sein bei AEG. Er mag an der Uni sein im SHB. Er mag als Lehrling machen Dreckarbeit. Doch da ist jemand, der ist für die Aktionseinheit. Er mag Befleiter sein in der Armee. Er mag ein Mitglied sein der SPD. Er mag als Juso machen Kleinarbeit. Doch da ist jemand, der ist für die Aktionseinheit. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand für die Aktionseinheit. Da ist jemand, der wird froh. Da ist jemand für die Aktionseinheit. Aus dem Prager Manifest des SPD-Parteivorstands 1934. Die Einheit der Arbeiterklasse wird zum Zwang, den die Geschichte selbst auferlegt.